Das Hotel DHOW Palace liegt in Dubai in Dubai. Das Hotel DHOW Palace ist beliebt unter den Gästen. 90% empfehlen das Hotel weiter. 60 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer, Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen Gastronomie. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Sport und Unterhaltungsprogramm. Für das gute Sport und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.